Komme näher zu dir selbst. So lautet der Titel eines Seminars bei Yoga Vidya. Komme näher zu dir selbst kann heißen, lerne erstmal deinen Körper kennen. Lerne deinen Körper schätzen. Lerne aber auch mit den Beschränkungen des Körpers auszukommen. Sei nicht nur fremdorientiert. Denke nicht ständig darüber, was andere von dir denken. Dann verliere dich nicht ständig in allen möglichen Äußerlichkeiten, sondern komme näher zu dir selbst. Dann der nächste Schritt, um näher zu dir selbst zu kommen, ist, lerne etwas mehr deinen Charakter kennen. Schaue vielleicht ganz unvoreingenommen, bist du eher Vata, Pitta oder Kapha-Typ. Ein luftiger Typ, ein feuriger Typ, ein erdiger Typ. Komme näher zu dir selbst. Schaue vielleicht, wie würdest du dich einschätzen nach dem DISG-Modell. Bist du eher dominant, zielorientiert? Also, letztlich auch wieder Pitta. Bist du mehr initiativ, leicht und voller Freude und willst vieles ausprobieren? Was auch wieder Vata ist. Bist du eher es, gesellig, sozial orientiert? Geht es dir um ein gutes Miteinander und irgendwo mit anderen gut auskommen? Oder bist du gegenwissenhaft jemand, dem sehr wichtig ist, dass alles seine Ordnung hat, seine Regeln hat und dass man alles sehr gründlich macht? Komme näher zu dir selbst. Erkenne das und lerne dich in deinen Stärken und Schwächen kennen. Komme näher zu dir selbst. Sei dir bewusst, was gibt mir Energie, was macht mir Freude? Wie müsste ich etwas tun, damit es mir Freude macht? Bist du jemand, der gerne alleine arbeitet, zu zweit arbeitet, mit anderen im Team arbeitet? Bist du jemand, der zyklotymes Temperament hat, himmelhohe Hauchzen zu Tode betrübt? Bist du eher introvertiert, extrovertiert? Jetzt werden wir praktisch im Fünf-Faktoren-Modell. Bist du eher ein verträglicher Mensch, ein unverträglicher Mensch, der mit anderen schnell streitet? Bist du psychisch stabil oder psychisch labil? Bist du gewissenhaft und nicht gewissenhaft, introvertiert, extrovertiert? Wie offen bist du für Neues? Komme näher zu dir selbst. Lerne dich etwas kennen. Eventuell mache ein Horoskop und lerne so ein bisschen über deine Neigungen. Aber kommst du so wirklich näher zu dir selbst? Je mehr du über dich selbst herausfindest im Sinne von Körper und Charakter und Motivation und Inspiration, so mehr stellst du fest, irgendwie bin ich das auch nicht. Letztlich ist Körper und Psyche nur Instrument. Hüllen, wie es auch im Yoga heißt, Koscha. Du selbst bist jenseits der Koschas. Komme näher zu dir selbst, heißt letztlich meditiere. Gehe über die Identifikation mit Körper und Psyche hinaus und du bist das, was jenseits von Körper und Psyche ist. Patanjali, der große Yogameister, hat so ausgedrückt, Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Bringe deine Gedanken zur Ruhe. Dann ruhst du in deinem wahren Wesen. Komme näher zu dir selbst, heißt, identifiziere dich nicht mit Körper, mit Psyche, mit Wünschen und Temperament. Erfahre dich als reine Seele, reines Bewusstsein. Größte. Dann spann ihn jetzt.